So, und da sind wir wieder zurück und wir haben jetzt... Ah, Moment, Moment, mir ist gerade eine Idee gekommen. Wir haben ja einen Schlauch und einen Kurken, wobei wir den Dings vielleicht gar nicht brauchen. Wo war denn das jetzt? Das war in der Küche? Das war hier hinten? Äh, das war hier? Das war hier? Gegenstand kann ja nicht verwendet werden, okay. Achso, ne, Moment, hier fehlt ja einfach der... Ah, alles klar, okay, dann doch anders. Ich dachte, ich müsste das einfach nur blockieren, aber hier fehlt dann einfach nur der Schlauch. Äh, äh, hat sich da... Soll der Fahrstuhl nicht andersrum funktionieren? Ah, coole Sache. Alles in allem. Und wir sind hier im Speisekeller, wo offensichtlich schon länger niemand mehr war, aber irgendwie das Zeug doch noch alles recht... Naja, okay, ich bin neben drumherum, aber es sieht noch recht frisch aus. Alles in Schlitten, da können wir Schlitten fahren. Okay, kreuzförmiger Schlüssel und hier brauchen wir einen viereckigen Schlüssel. Das ist sehr schön. Schau all das Essen an. Es ist eine Schande, dass alles verdorben ist. Okay, ich hab mich... Wo sind die Besitzer dieses Hauses? Es ist also doch verdorben. Schau dir, Alter, es ist... Verdorbenes... Was? Verdorbenes Fleisch, ihr geht's? Schau dir, Alter... Was steht da stand? Schau dir, Alter, den Staub und die spinnen wir eben an. Ich bezweifle, dass jemand diesen Keller nutzt. Die Würstchen sehen alles andere als frisch aus. So, okay. Nächstes Müllbild hier wieder. Rose. Ne Krone. Pass auf, hier ist... Wo ist denn... Wo ist denn, äh, bitte das Fernrohr? Da liegt nämlich eins. Hab ich einen Blick für. Nur leider nie dann, wenn ich's finden muss. Äh, das Seepferdchen haben wir da. Ne Katze soll... Ne Katze. Liegt die irgendwo? Ich seh ja keine Katze. Das ist ein Apfel. Da ist die Tomate. Ne Katze, ein Kürbisch, ein Scarabeus. Scarabeus hab ich... Moment, den hab ich ja grad noch gesehen. Da ist der Scarabeus. Eine Zigarre. Eine Drückgarre, da ist die Krone. Äh, eine Erbsenschurte, eine Katze, ein Kürbiskirchen. Kirchen hab ich... Moment, Kirchen, Kirchen. Äh, da sind die Kirchen. Okay. Da ist ein Tannenbaum, den brauchen wir aber wahrscheinlich nicht. Äh, ein gerahmtes Bild. Also brauche ich scheinbar... Hier hab ich ein Bild und dann brauche ich noch einen Rahmen dazu. Ah. Zack. Gerahmtes Bild. Ein Karabiner. Okay. Ah, da ist die Birne. Das Schiff. Erbsenschurte und eine Glocke. Ich bin enttäuscht. Ich, äh, keine... Kein Fernrohr. Pass auf, aber wenn wir das nächste Mal hier wieder sind, ist hier bestimmt ein Fernrohr. Und dann merke ich mir, dass das hier oben auf dem Fass war. Und hier ist ein Gesicht. Das soll doch wirklich ein Gesicht sein, oder? Doch, doch, doch. Das ist ein Gesicht. Ähm... Da ist der Kürbis. Die Zigarre. Die Katze. Der Karabiner. Wo ist denn hier eine Katze? Der Karabiner ist hier. Ach, da ist die Katze. Alles klar. Eine Glocke und eine Erbsenschurte. Ähm... 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 Ach, ich kann hier reingucken. Alles klar. Erbsenschurte und die Glocke finde ich aber trotzdem wie Golfschläger und Dingens alles. Regenschirm, eine Zwiebelglocke... Zigarre. So, jetzt fehlt nur noch das Glöcklein. Ähm... Ähm... Was? Ach, das... Ach, das habe ich überhaupt nie erkannt, dass das... Das war jetzt eigentlich nur Glück, dass ich... Okay. Okay, wir haben die Rose. Da wir ja sonst... Ein Stück Hülse, wo die Maus aus ihrem Versteck locken. Ja, und dann? Meine Maus! Ernsthaft? Das ist eine Frau, die fasst ja keine Maus an. Die würde doch jetzt... Iiii machen! Okay, jetzt haben wir halt die... Ich hätte vielleicht erst mal versuchen sollen. Naja, egal. Kann ich hier... Vielleicht brauchen wir die später, um zu opfern. Aber ich kann hier... Immer wieder... Da werden wir wohl noch mal was machen müssen. Gehe ich von aus? Alles klar. Äh... Na, ich will ja wieder... Hallo? Hä? Ach so! Bewegen wir jetzt gerade das Haus oder die Erde da drum? Dadurch, dass wir nicht zurückgehen können, gehe ich mal von aus. Wir bewegen das Haus. Hoch und runter, oder was? Krasse Sache. Aber schon irgendwie cool gemacht. So. Abra, Kadabra. Oh. Hallo? Ach so! Ach nö, oder? Ah, Moment. Ich probiere mal was auf. Ein Blatt. Zwei Blatt. Nee, hä? Okay, das passt nie. Ein Blatt. Dickeres Blatt. Zwei Blatt. Drei Blatt. Gibt's hier irgendwo ein Hin... Ah, da oben, da oben, da oben, da oben. Was? Die Blumen sehen aber ganz anders aus. Die Rose soll hier hin. Das ist aber auch eine Rose. Ah, ja, okay. Was für schöne Blumen. Es scheint in ganz bestimmte Anordnungen gemalt worden zu sein. Ich sollte mir das merken. Ich sollte mir das merken. Merkt ihr das? Ah, okay. Rose, Tulpe, Margarite und was auch immer das da ist. Äh, das ist die Rose, Tulpe, das hier hin und die da hin. Warte mal ganz kurz. Also das gehört doch mindestens... Nee, warte mal. Na also, hatte ich das hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das gerade eben so hatte. Ich meine, klar, dann wäre das Ding eigentlich aufgegangen. Aber irgendwie meins... Boah, in dem Kamin muss ich ja eine Spinnwebe loswerden. Ähm, die Spinnwebe loswerden. Die brennen wir einfach weg. Kannst du nicht verwenden. Mit der Maus hier drüber. In Spinnweben fasst du natürlich nicht rein. Logisch. Aber die Maus, die Wilde, einfach angefasst. Was... Okay, jetzt will ich ja noch wirklich... Okay, wo haben wir denn jetzt eventuell was übersehen? Mal gucken. Vielleicht ist irgendwo ein Wimmelbildspiel wieder aktiv. Eventuell. Oh, aber auch nie. Wofür brauche ich den Schlitten? Gehen wir mal zu den Jungen hier rüber. Achso, nee. Ja, da habe ich mir ja mehr als genug ausgeliehen. Hä? Ich locke... Vielleicht ist es ja ein Raubvogel. Hä? Ein Apfel? Pakete? Hm. Ähm... Kann ich mit dem Messer? Nee, kann ich nicht. Da ist ja alles geklärt. Der, ja, braucht noch seine Laterne. Hier war ja auch nichts mehr. Ähm... Oh, äh? Ein sechseckiges Puzzleteil fehlt. Okay. Achso, das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen. Okay, hier haben wir also auch noch ein Rätsel. Alles klar. Ich wollte es vielleicht rausholen. Das kann ja auch, ich meine... Ähm... Bei der sind wir jetzt also fertig mit dem Glas Wein. Hier haben wir oft gemacht, aber wir haben nichts, womit wir irgendwie was wegwischen können. So, wo kriegen wir das jetzt aber her? Und was fehlt hier bei dieser Statue? Oder was hat der Geist generell für ein Problem? Wir haben keinen Schlüssel für irgendeinen... Wir haben generell gar keinen Schlüssel. Wir haben noch einen Korken, einen Topf. Messer. Soll ich vielleicht mit dem Laub hier das Feuer anmachen? Aber was würde das von... Nee. Schneebesen und sowas? Hä? Das nützt mir aber auch nichts. Was soll ich denn jetzt hier noch machen? Warte, was soll ich mit der Maus? Ich gucke einfach nochmal unten im Keller. Ich verstehe zwar trotzdem nie, warum ich jetzt... Hä? Naja, egal. Selbst wenn sich das ganze Haus... Oder habe ich jetzt nur dieses kleine Teil da vom Haus bewegt? War das irgendwie voneinander? Okay, wir brauchen auch noch einen Dreieckigen-Schlüssel. Und hier brauchen wir wahrscheinlich einen Sternenschlüssel. Okay. Ähm, was wir nicht alles brauchen. Ah, eine Besen. Alles klar. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Was ist das hier? Ach, halt, Moment. Das sollte generell der Fahrstuhl sein. Alles klar. Dann, äh, habe ich mich ja in dem vorher... Ach, das habe ich nicht erkannt. Da habe ich mich ja schön blöde angehört. Wahrscheinlich dann vorhin, wo ich so gerätselt habe, wie das funktioniert. Ich habe nicht erkannt, dass das hier mittendrin ein Fahrstuhl ist. Auf sowas kommt ja niemand. So, wie zum Thema, wie cool das Haus ist, dass der Berg sich... Kinder der astralen Ebene. Aha, aha, aha. Da ist ein Haken an der Sache. Ich habe es schon immer gewusst. So, wir haben jetzt nochmal ein Porträt. Vielleicht ist es jetzt ein Goldenes, dass wir da irgendwie was bekommen, womit wir, äh, weiterkommen quasi. Ja! Dam, 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 dam. Wir haben einen schädelförmigen Schlüssel. Was? Aber der ist unten vier... Schön, dass das Ende ist. Unten ist das aber vier... äh, kreuzmäßig. Dementsprechend könnte es sein, dass wir hier in die Wunderwinterwelt reinkommen. Pam, pam, pam. Und da haben wir schon das erste Wimmelbild. Was ist denn das? Was? Ey, kaum hier und schon... Die nimmt alles mit. Ey, gerade erstmal hier, aber ich wollte erstmal... Ich wollte mich eigentlich erstmal so ein bisschen umsehen, was die... Die Spitzsage ist auf der Bank festgefroren. Ich muss das Eis schmelzen. Ich hätte nicht mal erkannt, dass das eine Spitzsage ist. Aber okay. So, dann Fußspur. Hier scheint jemand zu wohnen. Und den klauen wir erstmal das Zahnrad und lesen sein... Ne, zwei, drei. Einem Riss im Herz. Die Bürger von Snow Village diskutieren weiterhin die jüngste Tragödie um den lokalen Bildhauer Netshark. Ah, das könnte dann... Ah, okay. Er und seine junge Frau lebten am Rande der Stadt und wollten am liebsten in Ruhe gelassen werden. Ich verstehe. Sie hatten viel Geld. Die Statuen von Stark waren in ganz Europa und Nordamerika beliebt und brachten einen guten Preis auf Auktionen. Allerdings konnte die Popularität Stark und seine Familie nicht vor Unglück schützen. Sylvia Nets Frau war... Was? Moment, jetzt bin ich in der Zeit verurteilt. Sylvia Nets Frau war Eislaufen, als sie durch das Eis brach und ertrank. Oh, seit ihrem Tod ist Ned nicht mehr in der Öffentlichkeit gewesen und es gibt kein Anzeichen von Leben auf seinem Anwesen. Das, was ist mit ihm passiert? Alles klar, jetzt wissen wir, wovon die startet dann wahrscheinlich, welche Frau das ist. Und wir wissen, dass der Geist mit irgendwas ein Problem hat und ich kann denen dort oben was klauen. Nein, ich habe... Ja... Weil ich so gut bin. Naja, vielleicht finde ich... Aber, ähm, naja... Und wenn ich so... Ja, okay, wir müssen erst den Schlüssel finden. Das heißt, ich will erstmal dem Wimmelbild so ein bisschen aus dem Weg gehen. Äh, eine Kram. Hier siehst du noch das... Oh, ich sehe eine Zange im Wasser da. Die könnte ich gut gebrauchen. Und ein Fisch. Ähm... Pikachu, du bist dran! Ne, geht leider nie. Ähm... Ich schöpfe mit dem kleinen Holzlöffel das... Naja, was ist das? Solange das Wasser... Ein herzförmiger Stein fehlt. Mehr nie. Okay, also das sind zumindest... Das sieht aus wie zwei Grabsteine. Halt... Gut, der kann sich ja schlecht, äh... Umgebracht und eingebuddelt haben. Okay, wir müssen erstmal zwölfeln, weil wir hier die Zahl sieben nämlich brauchen. Und die sieben ist einfach, äh, ja... Bekannt dafür, dass die Türen öffnet. Ähm, wir werden ja bestimmt den Schlüssel kriegen, oder? Die Zahl sieben, ne? Perlenketten, Fisch. Fisch, Fisch habe ich da hinten im Wasser gesehen. Der Eiffelturm ist hier versteckt. Handschuh? Ich sehe gerade, da ist der Eiffelturm. Da ist der Fisch. Ein Haus, da drin ist ein Haus. Da ist ein Handschuh. Ich mache damit... Ne, damit mache ich nie. Warte mal, was hat sie gesagt? Das Haus befindet sich hinter dem Glas. Ich könnte ein Loch in das Glas machen. Was? Irgendwo habe ich einen Glasschneider gesehen. Ach, du hast irgendwo... Okay. Na, gut. Ich hätte ja mit was draufgehauen. Ein Schneemann. Ah! Eins. Schneemann. Was? Ah, die Zahl sieben. Ich wollte eigentlich auf den Schneemann tippen. Ich wollte noch welche... Ne, ne Handel. Oh, eine Handel. Ich habe eine Schaufel, ein Schloss, eine komische Mütze, einen Baseballschläger, einen Galgen, einen Gürtel. Habe ich hier auch irgendwo gesehen. Gürtel? Ach, Mist. Da ist der Haken. Ein Revolver. Da hat man in den anderen Spielen nochmal... Da ist der Gürtel. Ist das immer derselbe Gürtel, der hier überall rumliegt? Sieht irgendwie so aus. Da ist der Revolver. Silberne Totenkopf. Den habe ich schon gesehen. Verdammt. Äh, Mist. Hier, da, dort. Hier ist die Handel. Ich habe den... Da ist er ja. Eine Feder. Ich wollte gerade wieder anfangen, mal sehen, was es für ihn ist. Der Clown, der liegt hier drauf. Das Vorhängeschloss habe ich vorhin schon gesehen. Und die Perlenkette befindet sich genau hier. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier bekommen. Hm. Hm. Ähm. Ähm. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt, wofür wir den Totenkil brauchen.